jollo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen genshin impact video heute kommt endlich etwas auf das ich mich schon seit monaten freue oder naja ich war ich einfach nur faul in letzter zeit beziehungsweise nicht wirklich faul aber ich hab halt einfach nicht daran gearbeitet aber ich habe jetzt endlich 475 elektrosiegel gesammelt und einmal den sakura baum auf inazuma hochstufen kostet 25 siegel und das heißt ich habe jetzt genug siegel um ihn 19 mal hintereinander hochstufen zu lassen auf stufe 50 und stufe 50 ist die letzte stufe das die höchste stufe danach kann man ihn nicht weiter aufsteigen lassen und das wird uns kranke belohnungen geben diese 19 stufen das einzige was ich nicht hundertprozentig weiß und was ich irgendwie auch nicht rausfinden konnte ist ob es wirklich immer 25 siegel sind oder ob das später nicht noch mal teurer wird das könnte zum beispiel sein ich bin es auf level 31 und es könnte ja zum beispiel sein dass es auf der 40 noch mal teurer wird das dann 30 siegel pro level kostet das ist das einzige blöde was jetzt nicht herausfinden konnte wenn dem so ist dann seht ihr dieses video erst also jetzt ist märz dann seht das wahrscheinlich erst irgendwann im april oder so weil dann muss ich noch weiter farmen aber für jetzt auf jeden fall hätte ich theoretisch genug wenn es weiterhin bei 25 elektrosiegeln pro level bleibt also wir sehen könnt 25 kostet und 475 habe ich und ja ich würde sagen wow wie unepisch einfach mal ausprobiert und er ist level 50 und elektrogranum ist jetzt auf stufe 15 es war der vorgleich auf stufe 11 oder 12 lesen wir uns einfach die letzten paar effekte durch figuren mit elektrograner können blitzbarrieren höherer stufen durchdringen erhöhte mit blitzstößen von elektrograner verursachten schaden für jede figur in der truppe die elektrokraft beherrscht um 30 prozent elektrograner halten nun bis zu 30 sekunden lang das ist sehr nice und elektrograner verursachen bei bereits bei jedem dritten abgestimmten angriff einen blitzstoß genau also im endeffekt heißt es einfach ich kann überall rein die halten 30 sekunden und das ist ziemlich nice aber jetzt der eigentliche grund warum ich es machen wollte oh baby und zwar hier ich war wie gesagt level 31 und jetzt haben wir belohnung für level 32 zweimal vorbestimmtes schicksal belohnung für level 33 viele ressourcen belohnung für 33 unbearbeiteter katalysator des nordens belohnung für level 35 krone der weisheit belohnung für 36 weitere ressourcen 37 zwei weitere schicksale 38 der letzte schlüsse der tiefe der mir noch fehlt der nicht durch elektrokulus zu kriegen ist meine ich zumindest oder gibt es auf der letzten stufe vielleicht noch einen schauen wir gleich noch mehr ressourcen dann auf stufe 40 richtig geld zweimal verwobenes schicksal für eier tor sehr sehr nice also vielleicht für eier tor sollte ich besser sagen dann hat noch mehr vorbestimmtes schicksal noch mehr ressourcen unbearbeiteter bogen des nordens noch eine krone der weisheit der krone der weisheit ich glaube viele leute wissen gar nicht wie krank das item ist noch mehr ressourcen noch mal zweimal vorbestimmtes schicksal ein namenskärtchen von inazuma quasi sieht auch richtig cool aus tatsächlich noch mehr ressourcen jemand ressourcen sind immer dabei und noch mal zweimal vorwobenes schicksal und eine dekoration frühlingsnebel webt den sakura regen ein schöner und üppiger sakura baum mit der reinsten kirschfarbe im tageslicht fangen die strahlenden kronen dieser bäume das sonnenlicht ein wenn der sanfte wind weht fein die blätter wie regen und verströmen ihre leichten aber reichen duft in der ganzen umgebung vier portionen eleganz drei portionen süße zwei portionen wärme und eine portion ruhe damit für die aromamischung die menschen in einen süßen schlaf wie ein kissen aus jume miru holz das ihnen schöne träume beschert solange sie im schatten des baumes ruhen und ja das sind alle unsere belohnungen außer dem abenteuer ep ich glaube nur für level 40 und 50 kriegt man keine abenteuer ep aus irgendeinem grund für level 40 kriegt man auch noch diesen seidendruck den habe ich auch noch vergessen eine gebetstafel mit farbiger malerei die die liebliche landschaft von inazuma zeigt geschnitzt auf exquisiten jume miru holz du kannst die raumschaffung verwenden um diese elegante landschaft auf der tafel deiner kanne der vergänglichkeit zu übertragen genau und das war's ansonsten gibt es keine besonderen items mehr da würde ich sagen holen wir uns das mal alles mal ab das heißt es müssten insgesamt 17 mal 200 oder doch ja genau 17 mal 200 abenteuer ep sind das heißt allein 3400 abenteuer ep allein das ist ziemlich heftig oh boy und die mora für jedes ding 50.000 mora oh boy das ist heftig das ist heftig oh boy ahja genau und mit stufe 50 steht hier noch dass man jetzt quasi das kunsthandwerk netsuke no gen freigeschaltet hat das heißt man kann jetzt seine elektrosiegel wie in allen anderen städten also in leo und monster auch einfach so gegen belohnungen eintauschen wahrscheinlich hauptsächlich gegen aufstiegsmaterialien für figuren das schauen wir uns jetzt auch noch gleich an das haben wir jetzt quasi durch freigeschaltet jetzt dauert erstmal 30 jahre bis uns die ganzen belohnungen hier reingelegt werden hier plus 200 plus 200 bla 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 das wird jetzt eine weile dauern bis das alles durch ist aber das ist halt echt krass also ich finde diesen heiligen sakura baum richtig richtig nice weil klar es dauert schon lange also ich habe jetzt ich kann euch gleich noch meinen erkundungsfortschritt insgesamt zeigen man muss schon wirklich das meiste machen um diese fast 500 elektrosiegel also ich meine ich war schon stufe 31 auf stufe 50 also um diese 475 elektrosiegel zu kriegen hat es natürlich schon echt lange gedauert und eine menge abverlangt also man muss schon wirklich sehr viel in der summer unterwegs gewesen sein also jemand der jetzt nur keine ahnung eine stunde pro woche spielt oder so und jetzt nicht explizit darauf geht sondern einfach ganz normal questet und so für den wird das wahrscheinlich noch mal eine ganz andere herausforderung sein wobei jetzt auch nicht so bin dass ich jetzt den ganzen tag nur umlaufen und tun sammeln also das mache ich halt auch ab und zu mal wenn ich richtig bock drauf habe oder wenn mir halt ressourcen fehlen aber ja das war's genau jetzt haben wir quasi den heiligen sakura baum auf die maximalstufe gepusht und kriegen hier bei inazuma die inseln des donner und der ewigkeit teil 1 auch noch eine errungenschaft für noch mal 20 uhr gestein göttlicher avatar erreiche die höchststufe der gunst der heiligen sakura auch das ist noch mal ein ziemlich nicer bonus mehr klar 20 uhr gestein im gleich zu den belohnungen die wir gerade bekommen ist natürlich nichts also das ist effektiv nichts aber trotzdem also wie versprochen zeige ich euch jetzt einfach mal wie viel ich so gemacht habe also narukami habe ich 97 prozent abgeschlossen in kanazuka 78 prozent in yashiori 91 prozent in watazumi 100 prozent seirei 89 prozent zurumi 88 prozent und in enkanomia habe ich auch 100 prozent das heißt insgesamt habe ich zweimal 100 prozent von insgesamt sechs inseln sind es mittlerweile glaube ich oder sieben genau sieben inseln aus sieben inseln besteht in der suma mittlerweile wenn man enkanomia als insel zu zählt zumindest und davon habe ich bei zwei teilen gerade mal 100 prozent das ist natürlich nicht so viel aber dafür bei allen anderen mindestens 75 prozent und bei zwei über 90 und bei 52 also ich habe schon wirklich das allermeiste gemacht sag ich mal das ist schon nicht wenig also man muss schon viel spielen um diese siegel um genügend siegel freizuschalten für stufe 50 aber wie man gesehen hat es lohnt sich auch also allein die kronen der weißheit sind heftig die ganzen ressourcen sind heftig man das ganze mora ist ziemlich krass die schicksale das ist ja auch jedes mal 160 uhrgestein beziehungsweise man kriegt ja immer zwei also sind es 320 uhrgestein also das ist schon echt krass aber natürlich hat es schon sehr lange gedauert das muss man natürlich dazu sagen und jetzt haben wir hier bei mikoshi genichiro der uns vorher immer weggeschickt hat der hat jetzt hier eben noch seinen laden hallo siehst du etwas das dir gefällt wenn du nicht das richtige findest kann ich dir eins nach maß anfertigen lassen und ich würde gerne ein paar andenken mitnehmen sei mein gast lass mich einfach wissen wir nicht was ist das dir gefällt und jetzt können wir mal gucken okay ich dachte schon mal können sich nur dekorationen kaufen ja okay das wusste ich tatsächlich nicht ich meine die anbieter in monster und lieber die verkaufen jetzt auch keine so krassen items aber unter anderem glaube ich unbearbeitete waffen des nordens aber die haben wir jetzt ja schon vom sakura baum direkt bekommen dass die jetzt nicht dabei waren hätten jetzt nicht gewundert was ich cool finde ist dass wir zumindest waffen aufstiegsmaterialien zum teil kaufen kann das ist auch nicht selbstverständlich weil die kann man ja eigentlich nur für harz farmen ein bisschen schade finde ich dass hier so viele dekorationen sind weil ich persönlich ist kein riesiger fan von den dekorations beziehungsweise von der kann der vergänglichkeit von dem ganzen dekorations housing system bin ich jetzt nicht der größte fan von weil ich das einfach in einem rpg nicht unbedingt brauche muss ich ehrlich zugeben deswegen finde ich ein bisschen enttäuschend dass das hier so überwältigend ist aber man kriegt ja auch noch zusätzlich sehr viel mora also wenn wirklich jetzt tonnenweise elektrosiegel noch bekommt kann man sich alles hier einmal eintauschen steht das kauf damit dabei wird auch nicht aktualisiert also wenn ihr einmal das leer gekauft hat ist es für immer leer also sie fügen irgendwann noch mal eine neue insel zu inna summa hinzu wodurch wesentlich mehr elektrosiegel vorhanden sind dann könnte es vielleicht sein dass sie noch mal restocken aber eher unwahrscheinlich weil ich glaube es haben seine monster lieber auch nicht gemacht wobei die auch keine erweiterung bekommen aber lieber kriegt er jetzt eine erweiterung genau aber ja trotzdem alles in einem ziemlich cool das heißt die zusätzlichen elektrosiegel die man jetzt sammelt sind auf jeden fall auch nicht verschwendet und damit war es das dann eigentlich auch schon wieder also ein weiteres video wird es nicht kommen weil meine ganzen schicksale und so die hebe ich jetzt natürlich auch für die neuesten helden kann ich mal zeigen was aktuell der zwischenstand ist die neue version wird am 30 dritten kommen als das gerade der 24 dritte für mich das video wird ein bisschen später kommen wahrscheinlich ja gut kaufen kann ich auch noch eins das wollte ich aber ich weiß gar nicht was mache ich überhaupt das wollte ich überhaupt nicht hin ich wollte mein inventory gucken genau jetzt 41 mal verwobenes schicksal und 27 mal vorbestimmtes schicksal die vorbestimmten sammle ich noch ein bisschen die werde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht demnächst benutzen das dauert noch ein bisschen aber 41 mal verwobenes schicksal schon ziemlich gut weil ich glaube ein pity ist schon wieder bei knapp 20 oder vielleicht sogar schon bei über 20 das heißt der nächste garantierte fünf sterne hält rückt schon wieder in greifbare nähe ob das kamisato ayato sein wird das wird sich noch ausstellen dafür muss ich erstmal den probelauf spielen aber ja auf jeden fall bin ich gut vorbereitet um mir den nächsten fünf sterne helden zu holen dass wie gesagt die nächste aktion kommt erst nächste woche für mich jetzt nächste woche für euch wahrscheinlich irgendwann die nächsten tage genau und ja das war's mit dem video ich bedanke mich auf jeden fall recht herzlich fürs zusehen würde mich selber ein like kommentar ein abo von euch freuen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin